Hi, Whisky Jason hier. Kann man kaum lesen. Naja, Geld war keine gute Idee. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute habe ich Tap 357 Canadian Maple Rye Whisky, 14,5 Prozent. Habe ich schon probiert, aber allerdings nicht hier live vor der Kamera, einzeln, sondern während meiner Rye Whisky Mega Challenge. Das Zeug war abartig süß. So, aber die Geschichte finde ich ganz toll. Und Achtung Achtung, am Ende dieser Sendung habe ich eine Gewinnspielmöglichkeit. Ihr könnt was gewinnen, also bis zu Ende durchhalten. Mache ich sonst wie kaum, aber dieses Mal wollte ich es anbieten. Also Michael Massil, der Master Blender von Tap, hat damals einfach diese Idee gehabt, ein Blend aus drei, fünf und siebenjährigen Canadian Whisky zu machen. Also drei, fünf, sieben. Da sind benutzten Bourbon Fässern dabei, die zum zweiten Mal gefüllt sind, zum dritten Mal gefüllt sind und die ganz neu sind. Dieses Blend, dieses Vermeilung von diesen drei verschiedenen drei, fünf und sieben Jahre alten Ryes, was vierfach distilliert sind. Ich kenne das beim Whisky nicht. Ich kenne zwei, schottisch, drei irisch, aber vier kanadisch, wer weiß. Und er macht das schon seit 2012. Farbstoff ist drin, das darf man in Kanada, in den USA nicht, aber in Kanada schon. Und dann tut er in dieses 40,5%ige Whisky, ABW oder ABV, Grade One Canadian Maple Syrup aus Quebec. Also der erstklassige kanadische Aarholensyrup aus dem Gebiet von Quebec. Das, was zuerst aus den Bäumen rauskommt, nämlich wenn die Bäume anstoßen oder anfangen zu sprießen im Frühling, der ganze Saft geht nach oben, das ganze Zuckerwasser da drin, kommt durch diese Aarholen Bäume nach oben und das Tap, Tap ist, wenn man es anzapft, man zapft die Bäume an, um dieses Sirup da rauszuholen. Es ist eher ein wässriges Zeug. Das muss man hochkochen, damit es dann richtig zum Sirup wird. Und dann benutzt er das hierfür. Es gibt auch Tap Rye mit Pot und es gibt auch Tap Rye mit Sherry. Also die beiden würden mich interessieren, falls jemand die hat. Also ein Sample würde ich gerne davon abkaufen. Also das Zeug soll genial sein zum Mixing. Pur bin ich immer noch nicht ganz so überzeugt. Also eine Sache möchte ich gerne zeigen. Hier drin ist Farbstoff. Wow. Also ich gebe einfach mal, ich nehme einfach mal Evan Williams von Falls vor zwei Tagen. Da ist kein Farbstoff drin. Da war allerdings ungefähr zehn Jahre lang im Fass drin. Und das daneben mit Farbstoff, es ist schon gewaltig. Das ist Wahnsinn, wie wenig Farbe hier drin ist. Wie würde es aussehen ohne Farbstoff, frage ich mich. So, meine Nase sacht und ich weiß jetzt schon, was ich sagen werde. Ich rieche Frühstück. Nämlich ich rieche Ahornsirup. Also ich mache ab und zu mal für meine Jungs und für mich, meine deutsche Familie. Wir sind Patchwork-Familien. Also meine Frau hat dann zwei Kinder auch in diese Ehe reingebracht und wir haben noch eine Pflegesohn und ich habe noch zwei Jungs. Und alles andere, was wirklich deutsch ist, macht Ahornsirup nicht. Höchstens auf Eis. Meine Söhne und ich, wir mögen zum Frühstück, einmal im Monat ungefähr, Pancakes, Pfannkuchen, die ich extra selbst mache, eine Pfanne, die echt exzellent sind, sagen alle. Eventuell tut man Butter und Ahornsirup darüber. Dann kommt ein Spiegelei oben drauf und dann kommt Bacon. Ah, nicht dieses Bacon. Tulip Bacon aus Dänemark oder sonst wo. Und das zusammen mit ein Glas O-Saft ist einfach himmlisch. Und stell mal vor, diese Teller sind abgeräumt und meine Tüte in der Spülmaschine. Das ist, was man riecht. Ahornsirup. Ich habe hier kein Rye. Null. Also wirklich, ich rieche Rye Whisky hier nicht. Ich rieche Ahornsirup. Also keine Ahnung, wo da wirklich Alkohol sein sollte. Nichts. Ich rieche Ahornsirup. Und jetzt schmecke ich. Einen Moment. Überraschung. Ahornsirup. Wow. Also, wenn es nach mir ginge, hätte ich ein Zehntel, ein Zehntel von diesem Ahornsirup da reingetan. Das wäre immer noch genug gewesen. Wow. Was ist, ob man wirklich auch eine ganze Flasche eine halbe Liter da reingekippt hätte vom Ahornsirup? So kommt es mir vor. Möchtest du ein bisschen Vodka zu deinem Ahornsirup haben? So könnte man fragen. So ist das. Wow. Oh. Ehh. Ehh. Meins ist es absolut nicht. Also. Beine. Eigentlich angenehm. Nicht schlecht. Also ich würde mich echt. Ich freue mich irgendwann mal diese Tab Port und diese Tab Sherry zu probieren. Dass es nicht so verdorben ist mit diesem Ahornsirup. Verstehe mich nicht richtig. Verstehe mich bitte richtig. Ich mache gerne Ahornsirup. Ich mache meine Entschemeime, künstliche Ahornsirup aus den Staaten und ich mache meine echte kanadische Ahornsirup auch. Aber nicht. Und bitteschön. Nicht in hier mein Whisky. Da gehört kein Ahornsirup rein. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaner. Is schon abartig. Ist wirklich abartig. Den zu schmecken. Und zu wissen, dass es Whisky ist. Rye Whisky sogar. Und er wird total maskiert, total überdeckt mit dieser Ahornsirup. Wow. Viel zu viel. Ok. Gut. Also. Ich gebe dir den 5 Preis-Leistung. Also man kriegt den glaube ich auch für unter 40 €. Also, denn mir es nicht schmeckt auch 5 so einfach ist das finger weg vom tab 357 maple es sei denn du liebst maple also aber sonst könnte man irgendein billiges zeug nehmen auch ein hauch vom ahornsirup kaufen ich glaube ich habe eine echte kanadische ahornsirup bei aldi mal gekauft für 2 euro 99 oder 3 euro irgendwie 57 und dann tut man einfach mal eine ganze flasche ein teelöffel davon rein schüttel den nimm einfach ein billiges zeug dann da vom aldi oder penny oder lidl und tada würde genauso sein no no bitte nicht so jetzt kommen wir zu unser gewinnspiel ich habe mir t-shirts hier drücken lassen wie viele ist die frage t-shirts habe ich in verschiedenen farben ich weiß es aber du musst zurückgehen zu meinen videos achtung achtung es gibt ein paar hemden ich habe einfach mal etwas hoch die sehen relativ ähnlich aus aber sind das nicht blau ist nicht gleich blau ja also ich habe wirklich hier noch einmal ich habe drei verschiedene blau farben hier und schuldigung ich mache es ganz leicht ich habe vier verschiedene blau farben also mit diesem hemd muss es mindestens fünf verschiedene hemden geben alle dieser hemden habt ihr schon videos gesehen in den letzten zwei wochen also jetzt ist jetzt mitte juni ich sag einfach mal als stichtag der 30 juni wer unten in den kommentaren schreibt wie viele verschiedene farbige hemden mit den aufschrift whisky jason die ich habe und das wird hoffentlich mehrere leute es richtig schätzen werde ich per zufalls generator genau wie bei scotch test dummies eine davon aussuchen und ich werde denn die gewinner ernennen was gewinnt ihr ihr gewinnt denn dort 10 CL von irgendeinem meine flaschen irgendeine flasche die ich noch mitte juni offen habe zum beispiel schaut doch nach alija craig alija craig habe ich gerade eben hier für eine woche denn da leer gemacht gibt es nicht mehr es sei denn ich bis dahin bis ende juni das im angebot finde und sage ich kaufe mir doch eine flasche eine bottle of wow schon wieder aber es gibt so viele sachen und compass box kann ich sehr empfehlen manche leute mögen gerne hier rauch ich manche leute mögen jetzt hier irisch manche leute mögen hier japanisch manche leute mögen hier bourbon also und es gibt auch einiges andere was ich hier am geburt habe ihr dürft eine einzige 10 CL sample flasche selbst aussuchen und das schickt euch kostenlos zu frage wie viele verschiedene t shirts habe ich in unterschiedlichen farben mit dem auf aufdruck whisky jason so das war meine frage eine gewinnspiel mache ich zum ersten mal hier vielleicht schauen viele leute denn hin und können das dann auch denn anschauen und merken wie viele verschiedene t shirts ich habe und dadurch 10 CL whisky frei haus gewinnen so vielen dank dass du zugeschaut hast vielen dank dass du hier immer wieder likest und abonnierst und auch weitererzählst und auch bei meiner sample liste schaust und vielleicht sogar auch was bei amazon kaufst auf diesen link auch was ganz anders canadian whisky sind gut tap 357 nicht bis morgen